Das Orkantief mit Namen Kyrill wird heute auch über Nordrhein-Westfalen hinwegziehen. Es soll der heftigste Sturm seit Jahren werden. Es war so eine richtige Weltuntergangsstimmung. Als das dann mittags wirklich richtig losging, dann wurden doch schon alle nervös und wir haben schon Telefonkonferenzen dann eingerichtet. Stell schnell eine Kerze auf und bete dafür, dass dein Sohn nicht in der Schule war. Ich fahrt nach Hause, aber schnell nach Hause. Es kommt einem vor wie einen ganz schlechten Horrorfilm. Man weiß nicht, was passiert. Man kriegt richtig Angst. Man hörte richtig diese Wucht des Windes durch dieses Knacken der Bäume. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Das war fürchterlich der Anblick. Ist das alles in Ordnung, was wir da draußen tun? Mit der Natur, mit der Umwelt, mit dem Klima. Wer auch immer dahinter steckt, der hat nur ein bisschen mit uns gespielt.